PC-Welt Online Die iPhone-App PC-Welt Online bietet Zugriff auf die Inhalte der Seite www.pcwelt.de Nach dem Start bekommt man im Bereich Home einen schnellen Überblick über die aktuellsten und wichtigsten Beiträge aus den Themen Hardware, Software, Apps, Mobile, Sicherheit sowie Internet und DSL. Die Texte sind für das iPhone optimiert und enthalten Bilder und Galerien. Unter jedem Artikel gibt es eine Option, um die Schrift zu vergrößern. Außerdem kann man den Artikel herunterladen und per E-Mail, Twitter oder Facebook weiterempfehlen. Den wichtigen Bereich Mobile erreicht man schnell über den Knopf Mobile in der unteren Navigationsleiste. Mit dem Lupen-Symbol startet man die PC-Welt Produktsuche. Diese liefert Datenblätter, Preisvergleiche und, falls vorhanden, Testberichte. Mit der Schaltfläche Scannen kann man den Strichcode einer Produktverpackung einlesen. Wenn die App den Strichcode erkennt, erscheint die zugehörige Produktnummer im Eingabefeld der Produktsuche. Ein Druck auf Suchen führt zum gewünschten Produkt. Infotainment in Form von WebTV bietet die App im Bereich Videos. Hier gibt es den wöchentlichen Technik-Talk Doppelklick mit Moderatorin Alexandra Polzin. Zusätzlich bekommt man aktuelle Produktvideos, Messereportagen und Videoanleitungen zu Word, Excel sowie Photoshop und Co. für das Video. Bis zum nächsten Mal.